Ich bin sehr stolz, ich bin ehrgeizig, rachsüchtig. Mir stehen mehr Verbrechen zur Verfügung, als ich Gedanken habe, sie zu erfassen, Einbildungskraft in Gestalt zu laden und Zeit, sie auszuführen. Wozu sollen solche, wie ich zwischen Himmel und Erde umhertreten? Was ich nicht liebe! Es ist was Frauen im Staat in Danmark. Hamlet, sein Liebesbetel, mehrmals ein Spiel. Hat mich Bruderhand um Lebenkrone Königreich gebracht? Hamlet, reiche meine Mordung. Die Zeit ist aus dem Fuhl. Muss ich geboren sein, sie wieder einzurichten? Zweifel, ob Lügung an die Wahrheit nur an meiner Liebe wird. Oh, bitte. Mit dem Kopf zurückgedreht, erschien er den Weg ohne seine Augen zu finden, denn er ging zur Tür hinaus ohne ihre Hilfe und wandte bis zuletzt den Blick auf mich. Bei Gott, dein Wahnsinn soll bezahlt werden. Hamlet! Untertitelung des ZDF, 2020